Beat me, Sir. Anhörner fühlen. Versteh' dich. Sie war ein normales Mädchen, jeder hatte sie gemocht. Anständig gekleidet, sie trug niemals einen Mini-Rock. Ging zur Schule, wollte was lernen, um später einmal rein zu werden. Sie hat schon viel miterlebt, sah ihren eigenen Vater sterben. Ab dem Tag hat sie geschworen, immer anständig zu sein. Niemals wird sie Drogen nehmen, sie wird immer artig bleiben. Sie will Mama stolz sehen und auch wieder lachen können. Denn seit dem Tod des Vaters hat sie sich niemals mehr was gegönnt. Deshalb ging sie an dem Abend auf einen Geburtstag der Freundin eines Freundes. Sie wusste selbst nicht, ob das gut war. Es gab sehr viel Alkohol, doch sie ließ ihre Finger von. Auf einmal kam ein Junge auf sie zu, vom Alkohol benommen. Er zog sie ins Nebenzimmer und fing an sie auszuziehen. Sie versuchte sich zu wehren, doch war machtlos gegen ihn. Es dauerte 10 Sekunden und das war ihr erstes Mal. Ohne Kondom, ohne alles 10 Sekunden, volle Quatsch. Es ist das Schicksal, das sich wendet. Manchmal scheint es gut, manchmal scheint es schlecht. Doch es scheint uns nie gerecht. Es verändert sich von einem Augenblick zum anderen. Und ganz egal, was ich im Leben tue, ich muss es akzeptieren. Es ist das Schicksal, das sich wendet. Manchmal scheint es gut, manchmal scheint es schlecht. Doch es scheint uns nie gerecht. Es verändert sich von einem Augenblick zum anderen. Und ganz egal, was ich im Leben tue, ich muss es akzeptieren. Sie wie ein so frohes Mädchen mit Mut zur Entschlossenheit. Dennoch gab es einen Grund, warum sie sich verschlossen zeigt. Keiner kannte ihre Ängste, nicht mal ihre Freundinnen. Nicht mal ihre Mutter, nur die seelischen Betreuerinnen. Sie weinte jeden Tag, jeden Gottverdammten Tag. Weil die Welt für sie im Inneren gebrauchen war. Ihre Tränen und ihr Schmerz waren schon eine Qual. Doch das Ende kam noch schlimmer. Sie hatte keine Wahl, die Diagnose beim Arzt legte ihre Stimmung tief. Als der Arzt ins Zimmer trat und meinte sie wär positiv. Die Gedanken schossen durch den Kopf, das war ihr Schlagwort. Was ihr Leben änderte, bevor sie es beendete. Mit einer Überdosis Amphetamin fand man sie regungslos liegen. Doch so unerwartet kam der Tod in Krankenhaus. Und die Mutter brach in Tränen aus. Es ist das Schicksal, das sich wendet. Manchmal scheint es gut, manchmal scheint es schlecht. Doch es scheint uns nie gerecht. Es verändert sich von einem Augenblick zum anderen. Und ganz egal, was ich im Leben tue, ich muss es akzeptieren. Es ist das Schicksal, das sich wendet. Manchmal scheint es gut, manchmal scheint es schlecht. Doch es scheint uns nie gerecht. Es verändert sich von einem Augenblick zum anderen. Und ganz egal, was ich im Leben tue, ich muss es akzeptieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.